Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich mache heute eine Fundamentalanalyse von Paypal. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung, es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Außerdem bin ich aktuell nicht in das Unternehmen investiert. Zu Beginn der Analyse schauen wir wie immer auf die Basisdaten und wir stellen uns die Frage, was macht Paypal eigentlich? Paypal ist ein US-amerikanisches Unternehmen und ihr findet die Aktie unter der Wertpapierkennnummer A14R7U. Das Unternehmen beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter und das Geschäftsjahr entspricht auch dem Kalenderjahr. Paypal ist weltweit tätig. Bei der Beschreibung des Geschäftsmodells wird es schon schwierig. Paypal betreibt nämlich eine Technologieplattform für digitale Zahlungen im Auftrag von Händlern und Verbrauchern. Was ist jetzt daran so schwierig? Eigentlich gar nichts. Abgesehen von der Frage, was ist das jetzt für eine Branche? Ist jetzt Paypal ein IT-Technologiekonzern, ein Servicedienstleister oder eine Bank? Diese Frage wird uns noch beschäftigen und sie ist von entscheidender Bedeutung für die finale Bewertung. Unstrittig ist, dass Paypal einen Bezahldienst anbietet. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Onlinehandel eine sichere Möglichkeit für Geldüberweisungen über ein Paypal-Konto per Lastschrift oder Kreditkarte. Die Zahlungen sind möglich in rund 200 Märkten und 150 verschiedenen Währungen. Außerdem kann man noch Geld auf Bankkonten in 56 Währungen abheben. Aktiv halten kann man das Geld auf Paypal-Konten in 25 verschiedenen Währungen. Um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, nach eigenen Angaben hat Paypal 435 Millionen aktive Benutzerkonten. Paypal ist ein Anbieter für Micropayments. Die Vorteile solcher Dienste liegen auf der Hand. Die Zahlungen werden sofort gut geschrieben, das verkürzt die Lieferzeiten insbesondere im Onlinehandel. Außerdem erhält der Zahlungsempfänger keine Finanzdaten des Kunden. Das bietet einen erhöhten Schutz vor Missbrauch. Paypal bietet verschiedene Zahlungslösungen an. Exemplarisch nur Paypal, Paypal Honey, Braintree, Zoom oder Paydi. In 2002 wurde Paypal von Ebay übernommen. Im Jahr 2015 wurde Paypal dann als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert und an die Börse gebracht. Im Jahr 2018 hat Paypal dann die iZettle übernommen. Aufgrund des aktuell starken Kursrückgangs gibt es immer wieder Gerüchte, die Paypal könnte selbst übernommen werden. Aktuell gibt es aber keine Hinweise, dass sich diese Gerüchte verdichten könnten. Beim Blick auf die Branche sehen wir die Paypal aktuell nach Marktkapitalisierung auf Rang Nummer 20. Nach Umsätzen befindet sie sich auf Rang 35. An dieser Stelle zwei Hinweise zu dieser Einordnung. Erstens, in dieser Rennliste taucht die Paypal als Finanzdienstleister auf. Und zweitens, nach Umsätzen ist die Paypal nur noch einen Hauch hinter der Deutschen Bank. Gut drei Viertel der Anteilsscheine befinden sich in festen Händen. Für uns Kleine verbleiben insgesamt 24,4% der Aktien zum Handeln. Und jetzt schauen wir uns die Unternehmenszahlen an. Und gleich beim Einstieg in die Unternehmenszahlen bei den Umsätzen sehen wir den Vorteil der grafischen Analyse. Auf einen Blick wird klar, die Umsätze kennen nur eine Richtung, nämlich aufwärts auf 27,5 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2022. Der Jahresabschluss 2022 sind die aktuellsten Zahlen, deswegen können wir die TTMs hier außen vorlassen. Bei den Gewinnen ist die Entwicklung nicht ganz so schön. Hier hatten wir den Peak im Geschäftsjahr 2020 mit einem Plateau auf 2021. Und im Geschäftsjahr 2022 haben wir einen deutlichen Rückgang auf 2,4 Milliarden US-Dollar. Setzen wir jetzt die Gewinne in Relation zu den Umsätzen, dann landen wir bei der Nettoumsatzrendite. Und die ist rückläufig auf 8,8% im Geschäftsjahr 2022 und damit ist sie leider nicht mehr zweistellig. Und natürlich gefällt mir das nicht so gut. Jeder Aktionär hat ja einen kleinen Anteil am Eigenkapital, deswegen schauen wir als nächstes auf die Eigenkapitalrendite. Auch die Eigenkapitalrendite ist rückläufig auf 11,9% im Geschäftsjahr 2022. Damit ist sie zwar noch zweistellig, aber sowohl langfristig als auch kurzfristig rückläufig und das gefällt mir natürlich auch nicht so gut. Für Anleger ebenfalls interessant ist die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals des sogenannten ROCKE. Hier liefert die PayPal im Geschäftsjahr 2022 12,0%. Wichtiger als die absolute Zahl ist hier die Tendenz und die Tendenz ist, naja, zumindest uneinheitlich. Und damit sind wir schon bei der Risikosektion angelangt. Wir beginnen mit den finanziellen Risiken und dafür schauen wir in die Bilanz auf Eigenkapital und Fremdkapital. Hier sehen wir im Geschäftsjahr 2022 20,3 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital und 58,4 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital. Also langfristig eine deutliche Zunahme des Eigenkapitals, aber kurzfristig einen leichten Rückgang. Und beim Fremdkapital gibt es nur eine Richtung, nämlich nach oben. Die Dauergäste auf meinem Kanal wissen schon, was jetzt kommt, nämlich nicht die Eigenkapitalquote. Wer es nämlich ernst meint mit der Fundamentalanalyse, sollte sich vorher die beiden Bilanzpositionen Other Intangibles und Goodwill anschauen. Denn beide Positionen durften früher wegen des Anlegerschutzes überhaupt nicht in Bilanz und Eigenkapital eingestellt werden. Und genau deswegen ist es eine gute Idee, beide Positionen aus Bilanz und Eigenkapital wieder rauszurechnen. Und das machen wir jetzt. Und damit landen wir beim Substanzwert. Und hier stehen bei der PayPal 8,3 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 zu Buche. Und inzwischen muss man das dazu sagen, das ist ein positiver Substanzwert. Die Folgen sehen wir rechts in der Grafik. Wir haben nämlich eine Eigenkapitalquote von knapp 26 Prozent, aber eine Substanzwertquote von nur knapp 12 Prozent. Was uns jetzt beschäftigt, ist natürlich die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Für ein Industrieunternehmen sind beide Werte verdammt knapp. Hier wäre man eher im Bereich 40 Prozent aufwärts. Ein Industrieunternehmen ist die PayPal aber auf jeden Fall nicht. Für ein Technologieunternehmen oder einen Dienstleister sind die Werte in Ordnung. Für einen Finanzdienstleister wie für eine Bank wären sie sogar hervorragend. Müssen wir uns deswegen Sorgen machen? Ich denke nicht. Das nächste finanzielle Risiko, das wir uns anschauen, betrifft die Liquidität. Deswegen schauen wir auf die Current Ratio. Richtig froh wird man hier erst ab Werten größer 1,5. Die PayPal liegt nur bei 1,3. Hier könnte es also schon ein bisschen mehr sein. Ein weiteres relevantes Risiko besteht darin, den Anschluss an den technischen Fortschritt zu verlieren. Deswegen schauen wir uns als nächstes die Reinvestment Rate an. Bei Werten kleiner als 100 Prozent kann die buchhalterische Alterung des Anlagebestandes nicht kompensiert werden. Das wäre also ein Risiko. In der Grafik sehen wir, dass die PayPal Jahr für Jahr richtig Geld in den Anlagebestand steckt. So sollte es sein. Das gefällt mir. Als nächstes kommt die vielleicht interessanteste Einzelkennzahl überhaupt, nämlich der Free Cash Flow. Als Instrument der Innenfinanzierung reduziert er nämlich den Fremdkapitalbedarf des Unternehmens. Außerdem dient er als Basis für die Bezahlung einer potenziellen Dividende. Ziemlich einzigartig und so wertvoll macht ihn aber seine Aussagesicherheit. Er kann nämlich durch, nennen wir es mal, bilanzielle Kosmetikmaßnahmen des Top-Managements so gut wie gar nicht beeinflusst werden. Er sagt uns, was Sache ist im Unternehmen. Und hier sehen wir etwas Erstaunliches. Wir haben nämlich einen Free Cash Flow im Geschäftsjahr 2022 von 5,1 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz zum Gewinn und zu einigen Rentabilitätskennzahlen, die wir gesehen haben, geht es hier nämlich aufwärts. Und natürlich gefällt mir das. Und nachdem PayPal aktuell keine Dividende bezahlt, haben wir auch kein Thema mit einer zu hohen Payout-Ratio. Beim letzten Risiko schauen wir auf die Zinstragfähigkeit. Und hier haben wir aktuell einen Wert von 13,3. Hier brauchen wir uns definitiv keine Sorgen machen. Und damit geht es jetzt weiter mit der Preiswertrelation des Unternehmens. Aktuell müssen wir an der Börse für die PayPal-Aktie 73 US-Dollar und 58 Cent bezahlen. Auf Jahresbasis bedeutet das ein dickes Kursminus von minus 30 Prozent. Das Kurs-Free Cash Flow-Verhältnis KCV liegt aktuell bei 16,3. Und wie wir im 5-Jahres-Vergleich sehen, ist das richtig günstig. Beim Enterprise Value im Verhältnis zum EBDA liegen wir aktuell bei 27,1. Auch das ist im 5-Jahres-Vergleich richtig günstig, allerdings deutlich über dem Branchenbenchmark von 23. Die Entwicklung der Buchwerte pro Aktie ist bis zum Geschäftsjahr 2021 richtig toll. In 2022 haben wir einen leichten Rückgang auf 17,85 US-Dollar pro Anteilsschein. Die Gewinne pro Aktie EPS sind erwartungsgemäß eingebrochen auf 2 US-Dollar und 9 Cent im Geschäftsjahr 2022. Nachdem PayPal keine Dividende bezahlt, gibt es auch keine Dividendenrendite. Und damit geht es jetzt nahtlos mit der Bewertung des Unternehmens weiter. 73% der Analysten wollen PayPal kaufen, 24 erst einmal abwarten und 3% wollen die Aktie ganz schnell wieder loswerden. Die Kursziele der Analysten liegen zwischen 70 und, Achtung, festhalten, 200 US-Dollar pro Anteilsschein. Bei der Cash Conversion Rate, der Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne in Free Cash Flows zu verwandeln, liefert PayPal ganz hervorragende. 2,1 im Geschäftsjahr 2022. Die Free Cash Flow Rate, also die Fähigkeit des Unternehmens, Umsätze in Free Cash Flows zu verwandeln, ist etwas rückläufig auf 18,6%. Das ist aber jammern auf hohem Niveau, denn das ist immer noch ein Top-Wert. Bevor wir jetzt den inneren Wert abschätzen, benötigen wir noch die Margin of Safety, die sogenannte Sicherheitsmarge. Für die Abschätzung benutze ich die Ergebnisse der bisherigen Analyse. Und wir landen bei einer Gesamtmarge in Höhe von 20%. Die Marge liegt damit eher im oberen Mittelfeld. Für die Abschätzung des inneren Wertes benutze ich ein Discounted Cash Flow Verfahren. Wie immer der Hinweis, ich habe hier eine abweichende Vorgehensweise mit einer vierzügigen Szenariorechnung. Wen das genauer interessiert, hierfür habe ich ein eigenes ausführliches Video gemacht, in dem ihr auch einen Excel-Rechner nachbauen könnt. Das Video habe ich euch verlinkt. In der Grafik sehen wir links den aktuellen Kurs der Aktie und rechts daneben die Abschätzung des inneren Wertes. Wir sehen durch die Bank eine Abschätzung der inneren Werte deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Das heißt, das DCF zeigt hier deutliches Aufwärtspotenzial auf. Ein sehr modernes Instrument der Unternehmensbewertung ist der Economic Value Added. Hier bereinigt man die Rendite auf das investierte Kapital um die Kapitalkosten. Und die PayPal liefert hier nur einen negativen Economic Value Added in Höhe von minus 2,81%. Wie immer stehen wir jetzt vor der Herausforderung, die einzelnen Ergebnisse zusammenzusetzen und das machen wir im Rahmen einer SWOT-Analyse. Auf der Stärkenseite haben wir ganz klar steigende Umsätze sowie einen stabilen Free Cash Flow. Auch die BPS, vor allen Dingen aber die Cash Conversion Rate machen richtig Spaß. Nicht so gut gefallen mir die rückläufigen Marschen und natürlich, dass PayPal keine Dividende bezahlt. Wo liegen jetzt die Chancen? Ich nehme mal die ersten beiden Punkte zusammen, nämlich steigendes Transaktionsvolumen und rückläufige Bargeldzahlungen. Um es mal in einem Bild zu sagen, ich rechne definitiv mit einem wachsenden Kuchen. Als zweiten Punkt möchte ich den Winner Takes It All Bonus nennen. Ich beziehe mich jetzt mal auf eine Aussage aus der Q4 2022 Präsentation von PayPal. Danach akzeptieren 79% der 1500 größten Retailer in Nordamerika und Europa eine Zahlung per PayPal. Auf Platz 2 liegt übrigens Apple Pay mit 28%. Also Pi mal Daumen, die Akzeptanz von PayPal-Zahlungen in dieser Peer Group ist dreimal so groß wie die vom zweitplatzierten Apple Pay. Und wer die Netzwerkeffekte im Internet kennt, der weiß, size matters. Die letzten beiden Punkte nehme ich wieder zusammen, nämlich Art des Geschäftes und Bewertung. Und auch die gehören irgendwie zusammen. Man tut sich schwer, die PayPal einzuordnen. Ich sag mal, eine Bank ist sie jedenfalls nicht. Denn sie unterliegt nicht der Bankenregulierung und ihre Bilanz sieht auch nicht aus wie die einer Bank. Das ist zum Beispiel ein wesentlicher Unterschied zum Konkurrenten Sophie, der wie eine Bank bilanziert. Und bei der historischen Kennzahlbewertung haben wir es gesehen, die PayPal ist aktuell wirklich günstig bewertet. Also alles in Butter, natürlich gibt es auch Risiken. Unsere Standardrisiken, Inflation, Rezession und irgendwie auch die Supply Chain. In Summe bedeutet das, dass das Wachstum der Anzahl der Handelstransaktionen vielleicht nicht so stark ist. Dann gibt es natürlich zunehmend Konkurrenz. Und zusätzlich die Art des Geschäftes. Eigentlich ist der Burggraben nicht so hoch. Das ist zwar richtig, aber das Internet hat ganz klar monopolistische Tendenzen. Ich sag nur Netzwerkeffekt und Winner takes it all. Für die abschließende Bewertung gehe ich davon aus, der Kuchen wächst für alle. Die Bewertung ist attraktiv. Ich werde auf jeden Fall einsteigen. Wie steht ihr zur PayPal? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Zum Abschluss meine Bitte zur Unterstützung des Kanals. Für euch natürlich absolut kostenlos. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonniert ihr gleich den Kanal, dann versäumt ihr nichts. Ich freue mich natürlich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box.